So, die Welpen sind jetzt morgen acht Wochen alt und sind jetzt heute das erste Mal hier in unserem Garten draußen und sind natürlich jetzt hier neugierig, was hier alles Neues zu erleben gibt. Hallo, hallo, hallo! Das sind auch alle acht hier und die Mutter Jamaika hat sie jetzt schon gut erzogen. Sie geht nicht mehr ans Gesäuge und spielt auch den ganzen Tag. Ports, platz, platz. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, 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 hallo! Hallo, 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 hallo! Hallo, 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 hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020